Was passiert, wenn wir als allererstes zu Gennendorf gehen? Also bevor wir irgendein Tempel abgeschlossen haben oder irgendetwas sonst Relevantes gemacht haben. Genau das und neun weitere Sachen probieren wir heute aus. Was passiert zum Beispiel, wenn wir einen Bossbock in seinen eigenen Käfig reinstecken? Also diese Käfige, mit denen die Bockbins eigentlich arme Hylianer fangen. Hilfe. Und er passt tatsächlich rein, aber es sieht nicht so gesund aus. Und schlagen kann er mich auch noch, aber ich hab kein bisschen Schaden gekriegt. Nochmal. Nee, auch wieder nicht. Das scheint ein bisschen verbackt... Also das scheint ein bisschen verbackt... Also das scheint ein bisschen verbackt zu sein. Was war da gerade mit meiner Stimme los? Kannst du mir jetzt helfen? Nee, sorry, keine Zeit. Ich muss schließlich noch testen, was mehr Schaden macht. Eine Zeitbombe oder eine Bombenpflanze. Das ist doch wohl wichtiger als irgend so ein Hylianer, oder nicht? Als erstes ist die Zeitbombe dran. Also lassen wir die einfach mal fallen. Stellen mich direkt hervor und... Fünf und ein Viertel Herzens Schaden. So, und genau das gleiche machen wir jetzt auch nochmal mit der Donnerblume. Also ich hau dir jetzt einfach mal hier gegen. Und... Deutlich mehr Schaden. Das waren jetzt neun und ein Viertel Herzens Schaden. Also mehr als... Also fast doppelt so viel wie die Zeitbombe. Wo wir eh schon hier oben sind, können wir doch auch gleich testen. Da kommen wir, wenn wir unser Schild mit einer Feder verbinden, Fallschaden. Ich würde sagen, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Und... Wir kriegen den vollen Fallschaden. Und wie sieht das Ganze mit einem Ventilator aus? Und... Also das Ding ist auf jeden Fall an. Wisst ihr ja, also fliegen tun wir nicht. Mindert kein Fallschaden. Und wie sieht das Ganze mit einer Bombe aus? Dann finden wir es mal heraus. Wir kriegen auch den vollen Fallschaden. Und der letzte Fallschadentest für heute bekommen wir, wenn wir auf Minero sitzen, Fallschaden. Es gibt wieder nur einen Weg, das herauszufinden. Sie hat ja ne richtige Fallanimation. Es sieht ein bisschen so aus, als würde sie irgendwem sehr leidenschaftlich winken. Gleich sind wir unten. Ich hab nach den letzten drei Tests nicht so hohe Erwartungen. Tatsächlich kein bisschen Fallschaden. Alles komplett abgefangen. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Jetzt ist es endlich an der Zeit, sich zu Gennendorf aufzumachen. Also müssen wir erstmal ein neues Spiel starten. Und da es leider keinen Weg gibt, diese interaktive Anfangs-Cutscene zu überspringen, musst du die jetzt einmal durchspielen. Und in der Zeit, wo ich das jetzt einmal mache, werden wir testen, was die maximale Falldauer ist, die wir erreichen können. Wir werden jetzt einmal von Höhe 3293, also dem Höhenlimit, bis zum Boden des Abgrunds am Todesberg fallen. Aber um zum Höhenlimit zu kommen, haben wir erstmal einen langen Flug mit dem Hoverbike vor uns. Jetzt sind wir beim Todesberg. Das heißt, wir müssen jetzt mal so langsam gucken, dass wir Maximalhöhe erreichen. Damit sind wir jetzt am Höhenlimit und können jetzt anfangen, uns fallen zu lassen. Und damit sind wir im Todesberg drin. Das heißt, jetzt geht's in den Untergrund. Und mir ist es ziemlich heiß. Und wir sind unten. In 2 Minuten und 17 Sekunden. Ich bin jetzt am Termin der Zeit angekommen und muss jetzt erstmal die 4 Schreine abschließen. Also, 1, 2, 3, 4. Dann können wir jetzt endlich nach Hyrule. Und während ich mich auf den Weg zum Schloss mache, finden wir eine weitere Sache heraus. Jeder kennt doch die Krogpuzzle mit den Steinen. Eigentlich ziemlich einfach. Man muss halt nur den Stein suchen und reinwerfen. Aber wir werden jetzt testen, ob es nicht einen viel, viel einfacheren Weg gibt. Ich hab hier einen Stock mit einem Stein dran. Und mit dem werden wir jetzt testen, ob es möglich ist, mit einfach irgendeinem Stein ein Krogrätsel zu lösen. Das heißt, ich lege den Stock jetzt einfach einmal hin. Bisschen näher. Oh mein Gott, das klappt tatsächlich. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Aber es funktioniert tatsächlich. Und auch nochmal zum Beweis, der alte Stein, den man eigentlich dazu benutzen soll, ist der hier. Also es geht tatsächlich mit jedem Stein und sogar, wenn der mit einer Waffe fusioniert ist. Ich bin jetzt mittlerweile am Schloss angekommen. Und jetzt müssen wir in dieses Loch da unten rein. Das ist normalerweise auch gar kein Problem, wenn man nämlich den Paraglider hat. Aber den hab ich nicht. Für den hätte ich nämlich zum Spätposten gemusst. Und das wär basic und langweilig. Das heißt, ich muss mir irgendwas ausdenken, wie ich da runterkomme. Also, wir nehmen einen Gleiter, geben den hoch, tun ihn hier rüber, legen wieder hin. Damit jetzt tun wir Recall und geben Vollgas. Das wird jetzt ein ganz schöner Slalomflug. Und ich muss auch irgendwie schaffen, dass der Gleiter nicht kaputt geht, bevor ich den Boden erreicht habe. Jetzt gehen wir mal straight nach unten. Ja, ja, das war's. Ähm, was machen wir jetzt? Das ist sehr ungünstig. So, jetzt sind wir endlich unten. Das hat absolut ewig gedauert. Ja, jetzt müssen wir noch irgendwie an den weißen Leuten vorbeikommen. Ähm. Run. Oh mein Gott, wir haben's hoch geschafft. Oh, die Falle kommt weg, 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 einfach weg. Jetzt müssen wir einfach hier ein bisschen runterlaufen. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Und wir sind unten. Hier ist nochmal sehr gutes Equipment. Das nehme ich aber gerne nochmal mit. Das führen wir hier ran. Das war sehr knapp. Das war wieder sehr knapp. Das war sehr knapp. Und wieder sehr knapp. Jetzt muss ich irgendwie vor ihm hier wegrennen. So, damit haben wir jetzt das Schwierigste, glaube ich, erstmal geschafft. Wie kommen wir jetzt hier runter? Ich glaube, es werden wieder Zeit für Gleiter-Action. Und das geht nicht. Ja, so kommen wir runter, so kommen wir runter. Eine Ewigkeit später. Und wir sind unten. Das hat ewig gedauert. Aber es hat funktioniert. Dann können wir uns jetzt endlich auf den Weg hier rein machen. Der letzte Abgrund. Ich speicher lieber mal. Ich habe mir noch nicht überlegt, wie ich jetzt hier runterkommen will. Und während ich mir dafür was überlege, machen wir mit was anderem weiter. Mit Waffen, die mit einem Pilz fusioniert sind, können wir diese Gegner wegschlagen. Aber wie sieht das aus, wenn wir die Gegner stattdessen einfach shield bashen? Das scheint wirklich nicht zu funktionieren. Er verliert seine Waffe, aber fliegen tut er nicht. Wir haben es geschafft. Alter. Das war das Anstrengendste, was ich je gemacht habe. Jetzt müssen wir noch das hier irgendwie schaffen. Wir brauchen aber nachher noch Pfeile. Eventuell. Der Kollege hört welche. Sehr wichtig, sehr wichtig. Damit haben wir 58 Pfeile. Das sollte reichen. Ich nehme auch mal alle diese ganzen Sachen mit, damit wir die an die Pfeile tun können. Hier sind die Gyptos. Hier ist es wichtig, dass wir die ganzen Knochen mitnehmen für die Pfeile nachher. Schilder brauchen wir auch noch. Weil mit einem massiven Sonanium-Schild kommen wir, glaube ich, nicht durch. Der Schild ist schon mal sehr gut. Das war sehr anstrengend. Dann fehlen jetzt nur noch die Bosse. Ich habe keinen Gleiter. Oh mein Gott. Bruder, wie soll ich das schaffen? Funktionieren diese Gleiter. Ja, das wäre wichtig. Das wäre sehr wichtig. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Bitte lasst es funktionieren. Ja, da funktioniert gar nichts. Oder ich bin ratlos. Ich bin so ratlos. Ich habe mir etwas anderes überlegt. Und zwar das hier. Stellt keine Fragen. Ich denke, wir verstehen uns. So sollte das eigentlich kein Problem sein. Das ist gruselig. Damit haben wir den ersten Boss. Frost Gera. Dann ist jetzt Kollege Boldogoma dran. One-Shot. Sehr gut. Boom. Das war sehr einfach. Hm. Der Psycho-Oktopus. Nur warte mal. Wie kriege ich den ohne Wasser down? Ich kann ihn halt mit dem Chuchu-Jelly abschießen. Never mind. Das hat geklappt. Zum Glück habe ich genug Schleim-Jelly gesammelt. Und bumm. Oktopus ist auch tot. Dann fehlt jetzt nur noch die Gypto-Queen. Die könnte vielleicht nochmal ein bisschen schwer werden. Aber ich glaube auch. Die ist eigentlich kein Problem. Vor allem so nicht. Jetzt passt auf. Ein Gypto-Knochen. 26 Schadenbogen. Bam. Und die Gypto-Queen ist auch tot. Das Konstrukt. Daran habe ich nicht gedacht. Wir müssten es aber ganz gut mit den Bomben hier totkriegen. Und damit haben wir auch das gestohlene Konstrukt. Das waren schon die fünf Phantom-Gandons. Jetzt kommen die nächsten. Und das war auch schon wieder der letzte. Und da vorne steht Ganondorf auch schon. Und zack. Der Dämonenkönig-Gandondorf. Alter. Der Damage ist unreal, ne? Zack. Damit haben wir dann auch den Ganondorf. Jetzt ziehen wir das Master-Schwert. Einfach so random. Mit vier Herzen. Und einem Ausdauerrad. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Kommen wir jetzt doch auch bestimmt zu Schwarzdrache-Gandondorf, oder? Da mal los. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ekelhaft ohne Gleiter. Aber es sollte machbar sein, auch ohne Gleiter. Und zack. Zack. Und der vierte. Zack. Und zack. Das ist immer wieder so episch, ne? Dann fehlt uns jetzt nur noch die Träne. Und bam. Damit ist Ganondorf Geschichte. Man kann also tatsächlich das komplette Spiel schon durchspielen, ohne vorher irgendetwas auch nur ein bisschen Relevantes gemacht zu haben. Vor allem ist man dem Master-Schwert kam jetzt sehr unerwartet. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was ich in meinen ersten 125 Tagen erlebt habe, guckt euch diese Playlist an. Und wenn euch interessiert, was wir in der letzten Folge was passiert, wenn getestet haben, guckt euch dieses Video an. Und dann bis zum nächsten Mal.